Nun ist es soweit. Der Wipe wird gerade auf die Server drauf gespielt. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass seit 8.30 Uhr der Wipe gerade aufgespielt wird, bzw. Patch 0.13 auf die Server gerade kommen. Alles wird gelöscht und gewiped und wir können neu Saliva Flash Drives und dergleichen wieder suchen und unser Hideout ausbauen. Aber auch viele andere Änderungen gibt es in dem Wipe. Dazu werden die Tage noch ein Video kommen. Und für euch informativ, ungefähr zwischen 15 Uhr werden die Server wieder online gehen. Und natürlich wird der Launcher absolut down sein und ihr werdet wahrscheinlich mit ein paar M-Bits nur den Patch runterladen können. Deswegen nehmt da sehr viel Zeit und Geduld mit. Und dann mal schauen, wie die Server werden. Werden wir wieder eine Warteschlange bekommen oder dergleichen, wie das aussehen wird. Das werden wir uns auch live anschauen. Wir sind nämlich ab ungefähr 14 Uhr live auf Twitch, warten bis die Server wieder online sind. Und vertreiben uns zusammen die Zeit. Seid gerne dabei. Deswegen schaltet gerne jetzt live auf Twitch ein. Wenn ihr das Video seht, werden wir wahrscheinlich live auf Twitch sein. Und deswegen kommt rein.